Was genau macht der Darker? Kältschen hier. Boah, der hat eingeschlagen in der Bombe hier. BOMB! So. Und wieder aufsetzen. Der KZ hat nix mehr. Hier ist alles weg. Ach, so ein Mist aber auch. Zwei Stück fehlen uns. Könnten ja auch einfach wieder auftauchen. Da hinten ist eins. Da ist ein Kranich. Und zack. Direkt nochmal einer hinterher. Und da leuchtet unser Letztes. Sehr geil. Und jetzt gehen wir mal eine Runde Tiger töten. Ah ja. Die können sich also ein bisschen unsichtbar machen hier. Okay, der macht Damage, der Kerl. Boah, also ich weiß jetzt schon, die Quest nervt mich jetzt schon. Weil wir müssen da Blut davon sammeln. Down und down. Gut, gut, gut. Na toll. Boah, der hat auch wieder eingeschlagen wie ne Bombe hier. Das ist gut. Ach, was ne ekelhafte Quest. Ah, jetzt haben wir aber... Ah, da gibt's direkt drei Stück, wenn eins kommt. Dann ist es natürlich gerecht. Fertigt. Hallo Tiger. Stirb. Stirb. So, hier läuft bestimmt noch irgendwo so ein Tigerchen rum. Da ist er. Den machen wir platt. Gib mir Blut. Nein. Du hässliches Vieh, ey. Da-dang, 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 da-dang. Aber auf jeden Fall, wie ihr seht, die laufen hier überall rum. Oh nein, gegen dich hab ich gar keinen Bock und so. Jetzt verlangsamt er mich hier. Du Hund. Da oben sind gerade nicht. Den will ich haben. Zack. Tschüss, mein Freund. Da oben ist direkt der Nächste. Also, die können wirklich gar nichts hier, die kleinen Viecher. Und da hinten sind direkt zwei, oh. So, wir drehen uns mal ein bisschen hier im Kreis. Damit wir auch was mal aus Anderes sehen. Und zack. Da ist noch einer, der fehlt. So, ein Higgs soll... Ah ja. Jetzt wirklich abgeblich alles voll. Boah, die machen, die machen schon mehr Schaden, die Viecher hier. Toll. Ein Blut. Also. Ah. Ich sag ja, die Quest nervt mich jetzt schon. Da ist auf jeden Fall unser letztes Vieh, was wir hier töten müssen. Tschüss, mein Freund. Und danke, dass wir durch dich die Quest... ...beendet haben. Tatak, 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 tatak. So, Tigerchen, wo seid ihr? Wo bin ich jetzt hier eigentlich? Tiger! Da ist einer. Und zack. Ist das hier ein Strand? Das muss ich mir gleich mal angucken. Und wieder kein Blut, war ja klar. Warum auch? Ach, herrje. Tatsachen, Strand. Schön. Oh. Kannst du sagen, da war einer. Der hat mir gesagt, dass er mich sieht. Der Sack hier. Und zack. Ach, was eine blöde Quest hier ist. Hoffentlich machen sie nochmal hoch. Ich hab ihn genau gehört. Wir warten jetzt nur hier drauf. Und tschüss. Jetzt wirst du sterben. Ohne, dass du bloß was dagegen machen kannst. Drei Mal. Wunderbar. So könnte es weitergehen. Dann haben wir nämlich auch bald Ruhe. Und die Quest ist vorbei. Ich hab noch hier einen gehört, oder? Ah, hey, my friend. Moment. So. Motten. Motten, 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 Motten. Ähm. Da. Der hat mich schon gesehen. Takt. Einmal nur. Ladida, ladida. Was kämpft denn der da? Was hast denn du da umgenietet? Ich bin da Nassosvieh, okay. Gut. Wenn's Spaß macht. So, Tigerchen. Wo seid ihr? Braucht noch so ein paar von euch. Oh oh. Oh oh. Nein, nicht da runterfallen. Nicht da runterfallen. PvP-Fiecher. Nein. 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 Ich hab's ja verstanden. Ich geh ja schon. Toll, jetzt bin ich gleich PvP markiert. Ey, du geist mir. Wenn du da auch immer angreifen wolltest, Sophie. Wieder nur eins. Jetzt könnten Dreier kommen, dann sind wir fertig. Wenn generell irgendetwas kommen würde. Wenn das Wörtchen, wenn nicht, wäre, wäre mein Vater Millionär. Ah, hi. Verlangsamt. Etwas Grünes. Oh. Alles voll mit Müll. Bis oben hin. Gucken wir mal hier. Äh, da. Toll. Lala, lala, lala. So, aber hier können wir Quests schon abgeben. Ah. Warum greift dir denn da das Vieh hier an? So, mal ein Quesation anmachen, dass wir mal durchgängig mehr Schaden machen. Und zack. Ich glaub, der Dungeon-Finder funktioniert nicht mehr, weil... Da können wir noch lange reinsetzen. Also wir zocken jetzt 24 Minuten circa. Dann sagen wir denen hier halt mal hallo. Tag. So, wir gehen noch mal nach hier hinten. Dich hab ich gesehen, du Hund. Och, komm schon. So ein dämlicher Rotz. Du. Du hässliches Vieh. Du. Endlich. Ja. Geht doch. Danke. Sehr, 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 sehr schön. ging ja auf den keks hier statt mastery hast du ne auf keinen fall collect 1 tag platt so dann gehen wir jetzt mal da hoch erst mal zu diesem nickel bag und mann ich habe heute ein frosch im hals das könnt ihr mir nicht glauben das ist unmöglich deswegen hat er den angegriffen jetzt verstehe ich ja die weil das der obermacher ist hier dem ich schon zu durch zu zufall gefunden haben ich habe sie schwimmen mit meinem original delana hätte ich jetzt auch die schildkröte mal sehen was du hier so aushält noch ein bisschen wasser wenn ich viel dankeschön den nickel b quest item oh ja gut ab zu der nächsten quest darunter platz dann haben wir langsam mal ganz schön was zum abgeben überall ground break destroyer yelts yelts was ist denn yelts heisst das nicht held ouch schon wieder die da gerade geflogen da gerade geflogen na komm ich stirb jetzt yes sir so dann gehen wir natürlich erst so nach der da oben und geben das da oben ab ach da kommen wir ja nicht lang ne da werden wir ja von den typen da zerfetzt das ist das ist das ist das ist das ist das ist das ich das ist das ist das ist das